Noch ein kleiner Hinweis vom Sponsor und zwar, wenn ihr nach einem Handy-Tarif noch sucht, ihr könnt mal auf unseren Link klicken, dann kommt ihr auf diese Datenboost-Seite von Simpli und dann klickt ihr da nicht weiter, sondern geht oben ins Menü zu Tarifen und dort ist auch so eine Tarifsuche eingebaut, die über alle diese Marken von Drillish drüber geht und dann könnt ihr hier einstellen, ich suche einen Tarif mit mindestens, ich weiß nicht, machen wir einfach mal was Kleines, 200 Megabyte. Und dann gibt es halt dort Tarife für 3, 4, 5 Euro, solche Sachen, 6 Euro, muss man auch ein bisschen aufpassen, die Details lesen, das unterscheidet sich jeweils mit den Minuten und den SMS und da sind meistens auch Datenautomatiken drin, die man nicht deaktivieren kann, aber wenn man sich ein bisschen unter Kontrolle hat und auf die SMS achtet, dann kann man dort eben auch für sehr wenig Geld einen kleinen Tarif bekommen, das ist alles im Telefonica-Netz und kann man hier sich einen Tarif raussuchen, der möglicherweise passt. Das geht hoch bis 10 und 15 Gigabyte ungefähr und am unteren Ende halt 500 Megabyte oder sowas. Könnt ihr mal unseren Link klicken, dann nicht zum Datenboost gehen, sondern oben auf Tarife klicken und dann gibt es dort diese Suchmaschine für eine Vielzahl von Tarifen, die ihr dort haben könnt. Und teilweise mit Laufzeit, teilweise monatlich kündbar, müsst ihr halt genau lesen, was für euch passend ist und dann habt ihr dort die Möglichkeit, auch einen kleinen Tarif zu klicken. Herzlichen Dank für die Unterstützung.